Musik Dann schauen wir mal und Wunderbar! Und Rats noch einmal und Guck zum Vila-Brennig! So! Guck mal, wir haben hier noch eine kleine Belohnung für unsere Kicker! Guck mal hier, einmal für Santos! Und ein Elefanten-Lolli für den Ratsch! So! Dann darf ich jetzt mal Yashoda bitten! So! Komm mal hier, Yashoda, zu mir! Jetzt folgt ein großer Auftritt! Hoffen wir mal! Drei Mal hast du ja schon recht gehabt! So! Das Krasse lassen wir hier! Das brauchen wir nicht! Genau! Komm mit! So! Einmal die Nase in den Korb! So! Yashoda, Dürre Guck mal! Und Und Ich denke mal, damit können wir alle leben, oder? Ja, wir sind natürlich mächtig stolz auf unsere Jashoda. Dreimal hat sie recht gehabt, heute die deutsche Fahne gezogen. Hoffen wir mal, dass sie weiterhin recht behält. Es ist natürlich ein Klassiker. Deutschland, England, immer enge, spannende Spiele. Aber man muss auch sagen, wir spielen sozusagen in unserem Wohnzimmer. Deutschland seit sieben Spielen ungeschlagen in Wembley. Und das lässt natürlich hoffen.